Hallo zusammen, ich bin Shao Nan. Ich lebe seit ein paar Jahren in Deutschland und in all diesen Jahren habe ich hier meine große Liebe kennengelernt und Freunde aus aller Welt gefunden. Darüber hinaus habe ich auch noch meine berufliche Orientierung identifiziert, das ist anderen Menschen Deutsch beizubringen. Mein Masterstudium in Deutschland ist Deutsch-Chinesischer Translation. Darüber kenne ich sehr gut die Unterschiede und Einlichkeiten der beiden Sprachen und kann auch sehr gut das Lernen zusammen mit den Studenten viel einfacher und interessanter gestalten. Im Online-Unterricht werden wir aber nicht nur die deutsche Sprache lernen, das ist sehr trocken, aber vielmehr werden wir gemeinsam die hinter der Sprache entdecken können. Zum Beispiel die deutsche Kultur, die Geschichte und auch die Traditionen. Das macht das Lernen viel interessanter. Im Laufe der Zeit habe ich das C2-Sprachzertifikat und Lehrqualifikationszertifikat vom Goethe-Institut bekommen. Deswegen bin ich pädagogisch gesehen gut ausgerüstet und kann immer wieder authentischer und autarkstauglicher Deutschkenntnisse vermieten. Seit gut drei Jahren bin ich Deutschlehrer an Universitäten und in verschiedenen Firmen in Peking und auch in Deutschland. Außerdem war ich auch lehrtätig im Bundessprachnamt sowie an vielen privaten Sprachschulen. Da die Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten Deutsch zu lernen nicht immer die gleichen sind, werde ich mit jedem einzelnen Studenten zusammenarbeiten, um dann am besten geeigneten Lehrplan zu entwickeln. Somit wird es sicher gestärkt, dass der Traum von jedem Student und jeder Studentin erführt werden kann. Am anderen von diesem kleinen Video hoffe ich sehr, dass ich Sie im Video persönlich begrüßen kann und lassen wir gemeinsam Deutsch lernen und Deutschland entdecken. Vielen Dank für das Zuschauen und auf Wiedersehen. Bye, bye!